Hallo Leute und herzlich willkommen zu dem neuen Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Es ist die Closed Beta, es ist das Wochenende, es ist soweit. Wir können die Kampagne anfangen zu spielen im Single- oder im Coop-Modus. Ich werde sie anfangen im Single-Player-Modus. Ja, wir sehen, sind wir nicht schon bei der Charaktererstellung, weil was davor kam, war einfach nur ein kleines Intro-Video. Hätte ich euch eigentlich auch zeigen können, wo einer der Spiele-Publisher bzw. Spieleersteller euch erklärt, worum es in dem Spiel geht. Sollte eigentlich klar sein. Ja, gucken wir mal. Geschlecht, männlich oder weiblich? Wie sieht weiblich aus? Genau wie männlich auch eine Bart und ein bisschen dünner. Nehmen wir mal ihn hier. Ähm, Gesicht. Ah, können wir alles aussuchen. Nein. Ja, achso, sind nur elf Gesichter, da gehe ich mal alle Gesichter durch. Snake, hat der sich jetzt sparkly... achso, ja, der ist. Ähm, nehmen wir mal Mason. Meine Stimme ist etwas, ja, sehr... Nein, das passt nicht. Du, siehst gut aus. Ähm, meine Stimme ist etwas im Brötchen. Hat mir natürlich auch noch gerade schön die Zunge verbrannt. Ziegenbart. Was ist das denn? Achso. Nein, nehme ich den Holzfäller-Bart. Keinen Bart, ist ja langweilig. Förmlich, rasiert. Pferdeschwanz, nee, so einen Scheiß mache ich mir nicht. Undercuts. Da. Da sieht doch wohl aus. Ein Mohawk. Äh, Moh. In Grau. Nehme ich Grau. Gesichtsdetails, was gibt's hier? Achso, Narben und so. Nee. Nein, nicht zu viel, Jakoff. Zurück. Aussehen. Körperdetails. Bemalung. Heißt das jetzt Tattoos oder was? Gut, nehmen wir... Wollt das ein Schreineradler sein soll, weiß ich nicht. Nehme ich einfach. Tattoos. Ich sehe schon, das könnte etwas länger dauern. Warum kann ich das denn nicht... Ne, das wollte ich gar nicht. Welches war... Welches sah da gerade cool aus? Ja, das sieht ganz cool aus. Und zurück. Linker. Nein, sowas mache ich nicht. Ich mache mir keine amerikanische Flacke dahin. Kein Häuserhafterschädel. Ne, ich mache hier. Das hier. Fand ich eigentlich ganz cool. Zurück, zurück. Kleidung. Oberteil Tanktop. So ein richtig schönes... Äh... Menschen mit Migranten... Hintergrund. Anziehsachen. Ich will jetzt nicht rassistisch liegen. Boah, meine Stimme. So. Hoodie. Geil. Gestreifter Hoodie. Vlies. Alter, das will ich haben. Oh nein, das geht nicht. Schade. Nein, das will ich haben. Das ist geil. Ich nehme das normale T-Shirt. Ups. In. Ach du Scheiße, was man hier alles einstellen kann. Soll ja nicht zu offensichtlich sein. Ich weiß natürlich nicht, was wir jetzt machen als erstes. Also nehme ich einfach mal... Goal. Was? Beste? Was haben wir denn hier alles? Ja, ich laufe als Juggernaut rum. Ne, die reicht mir. Die Farbe kann so bleiben. Achso, das ist jetzt nur die Hose. Und dann sind das nur die Knieschoner. Hose. Ach, ich bleib da, weil... Aber hier bei der Weste, die will ich in einer anderen Farbe. Habe die nicht so grau? T-t-t-t-t-t-t. Oh, ich nehme das hier. Zurück. Schuhe. Kampfstiefel. Arbeitsstiefel. Wanderstiefel. Lass ich einfach mal. Tarnanzüge. Ich bin ein Busch. Aber ne, habe ich echt noch keine Lust zu. Ein Busch zu sein. Die Mütze kann ich nicht tauschen. Wo ist denn das passende zu meiner Weste? Ich finde es nicht egal. Lass ich das. Und es lädt schon wieder. Mal gucken, ob er diesmal die 100% erreicht. Beziehungsweise ob er nach den 100% dann das Spiel ausstartet. Oh, es funktioniert. Ja, wie ihr seht, nachdem das Spiel gerade abgestürzt ist, konnte ich meinen Charakter auch nicht mehr ändern. Das Spiel hat einfach gestartet. Ja, was soll ich jetzt noch so sagen? Ja, was soll ich jetzt noch so sagen? Ich bin ein International Aid Worker für etwa 5 Jahre alt. Das bedeutet, dass es sich schwer zu leben ist, aber es ist ein Cover. Es geht mir aus und über. At least es kommt mit einem Chopper. Wie warst du in das Land? Ein Flügel in Business Class von Manaus. Hey, ich bin refreshed und bereit für Arbeit, richtig? Ich habe gerade von Barranco, Peru. Wie warst du? Ich bin auf dem Bus in Huiz, Argentina und habe ich alles zu Villazone. Nein, niemand möchte mit einem Drunk auf dem Bus. Das erklärt, warum du schäuert wie schäuert. Ich habe gehört, dass Sie alle von Ihnen ausgesprochen haben. Ich war ein Rookie Field Officer in Moskau, wenn der Kug kam. Es gab eine Gespräche, dass du mitgebracht hast? Es muss jemanden sein. Wir waren niemals da. Wenn nicht jeden Tag, dann wird man einen Urban Legend in der Flügel. Huh, you should tell that to my kid. Maybe he'd lessen when I tell him to take the trash out. Is it hard being someone who doesn't officially exist? You tell me, Karen Bowman, international aid worker. I'm sure you've seen the horrible, fucked up shit humans are capable of when there are zero repercussions. But let me tell you right now, no matter how you compartmentalize, how you desensitize, you'll have to go to the front of the plane. If you look from the front of the plane, you can see the plane through the seat. If you haven't seen it, you can go back to the plane, you can see the plane through the plane. He's got a religious street that is pretty close to delusional. He's taken out of poverty, chastity. If he's not in it for the chocha or the money, he's in it for the power. This joint task force is CIA DEA JSOC. I'm your resident Spook for this ride. Welcome to Operation Kingflayer. Our briefing said there'd be a contingent of locals. The Qataris 26. They're a group of rebels who've been giving Unidad and Santa Blanca some resistance. We'll meet their leader, Pat Qatari, soon as we touch down. The Libians have a long history of hating us Yankees, but this time, let's hope, the enemy of my enemy will be my friend. But don't turn your back on him. I'm not going to. Oh, this is a really nice texture. Has something, right? Can this play now be taken out of me? Jetzt frage ich mich nur, ob der dritte und der vierte Mann hergekommen sind. Soldiers are the best covert ops team our country has to offer. With their help, you won't need hundreds of soldiers. Are you familiar with the word Huber, Senora Bowman? Meet Pat Katari, leader of the resistance group Kataris-26. We will be working with the rebels to destabilize Santa Blanca's organization. They've been fighting Santa Blanca and corrupt Bolivian officials for nearly six years now. We'll need to coordinate targets. There's no time for this. We have information on Amaru's whereabouts. Amaru? You found him? Amaru is one of the families of Katari-26. Amaru is one of the families of Katari-26. War of the Jatar-Group is founded on the AES. Without his theories of an agrarian proletariat, there would be no organized resistance against Santa Blanca and the corruption in our god confidence. Where is he? We do not know exactly. We know he is in this province and that there is a Santa Blanca lieutenant who knows where he is. I'll put a call into the activity, see if they can dig more intel out of the airwaves. Start looking for that lieutenant and keep me informed of everything via SAP-Phone. Good hunting. I can fly. Amaru is important to our cause, Yankee. Make sure you don't kill the Santa Blanca lieutenant before you get the chance to ask him questions. Can I play? If there is a show coming, I'll talk about it. I'll talk about it. It's going to be the nerves. Yeah, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Und tot. Das ist jetzt nicht der ernst, oder? Das ist jetzt nicht der fucking ernst. Habe ich mein Mikrofon überhaupt an? Ja, find ich gut. Und tot. Jetzt weiß ich warum ein Kumpel von mir gesagt hat was richtig Spaß bei dem Spiel haben. Der hätte nämlich auch was gesagt von fehlenden Weltstücken. So. Kurz gucken. Einstellungen. Video. Warum hab ich keinen Boden unter den Füßen? Die ich mach ich mal aus. Das stößt eh immer. Warum hab ich keinen Boden unter den Füßen? Grafik. Was ist das für eine Einstellung, alter? Okay. 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 Ah nein. Ach verdammt. Ich nehme mal vor mal hoch. Wenn das Spiel im Hauptmenü neu geladen wird. Alter. Wie kann mich ein Spiel schon... Kann ich schießen? Ja, kann ich. Geil. Hm. Hehehehe. Das Schlimme ist, ein Bekannter hat mich wirklich davor gewarnt. Was hab ich hier für Tabletten liegen? Ähm. Ja. Wenn ich jetzt nochmal runterfalle, werde ich dieses Projekt auch beenden. Jo. Das war's dann mit der Aufnahme. Ähm. Funktioniert anscheinend nicht so richtig. Ähm. Ja. Bis zum nächsten Mal.